Toll, da sind wir da. Frisch Level 10 geworden. Oh yeah. Jetzt gehen wir uns mal verkaufen. Oh ja. Dann gehen wir irgendwie weg hier. Keine Ahnung. Ja. Jetzt gehen wir zur guten Caroline. Die Dicke da. Bist du schon da? Oha. Kurz genommen, Junge. Ding Dong. Nichts am Handel, was ist das denn? Zauberschule Befehl 32. Sammle alle auf der Liste und hol da deine Belungen von der Zauberschule in Ilja. Oh. Scheiße, jetzt sind wir Level 10 und könnten die Kader klein nochmal benutzen. Level 16. Das mal jetzt. Das haben wir hier. Okay. Das haben wir hier. Der Puck. Damit wir uns anlegen. Da wird's zernitriger vor uns anlegen. J. Wir können aber das gleiche Equip haben, ey, umrüstung Ist das hier? Oh, ich kann ja schon wieder skillen Wenn du dieses komische Buch anklickst, no vizenfertigkeiten, Vicky Was ist denn, neue Skills? Oder mehr Skills? Keine Ahnung Scheiße, ich habe irgendwas gedrückt Nein Zwischen hier, so warte mal, ich bin jetzt hier immer noch Leute, wir skillen einfach alles Und diese Karte können wir drücken, oh, Alter, ist das nicht alles drin Ich kann nicht jetzt auch retzen Oh, das ist ja schön Jetzt, warte Minus 10% davon Minus 10% davon Liederpux, solche schönen Lieder kann man sich selbst um Selbsthaltung sagen, man kann nicht im Kampf übernehmen Achso, das ist sowas Das sollten wir auch mal irgendwann benutzen, nochmal einen finden So Ich gehe nochmal zum Schutz, sicher, sicher Und dann Woher gehst du? Zu diesen Schutztruppen, alter werden Zebra Gibt man auf der Map oder wo Quests sind? Ja, aber Das Spiel hat immer so was Das sind Zebra, Leute Rosa Länder Ach Okay, nee, alles gut Warum hast du dir schon so geilen Stuff an? Habe ich mir alles hergestellt Warum kann ich das nicht? Ja, weil du einen anderen Puck genommen hast, letztlich Ich habe halt zum Beispiel was anderes genommen, als du So habe ich einen fucking Sammler, ey Was hast du denn? Einen Sammler habe ich Einen puren Sammler genommen Ach, du Idiot Ich habe einen Sammler, Leute Oh Ach Ah, hier Wirbelwind Ganz wichtig Ich habe einen Sammler Das ist ein Schuss Ich bin aber, ich schwöre, der Akkordid, fahre mich nach Ilja Ich bin ein Kämpfer, fahre mich nach Kassler Ja, wir könnten jetzt rein theoretisch, aber ich kriege dann scheiße bei dir Und du scheiße bei mir, ne? Und du hast einen scheiß Charakter Da eigentlich Eigentlich könntest du schon wieder neu starten Nee Der Puck ist total useless Quatsch Doch, ist der Quatsch Schäm dich Ich fahre jetzt nach Ilja, Alter Ich bin jetzt schon bei mir Ja, Leute, jetzt muss man es mal alleine spielen Es sind wieder tausend Quests überall Oh ja Aber Das ist wahrscheinlich nur maximal 20 Minuten oder so Kann ich meinen Puck tauschen? Keine Keine Ja, aber so Objekte kaufen Ja, das hast du jetzt richtig schön verschissen Äh, da seht ihr, das passiert davon, dass ich Questsdinger nicht durchliest Nee, den hast du einfach nicht durchs Durchlesen, den hast du einfach genommen An Anfang an Beim Charakter-Herstellung Was hab ich denn hier bekommen? Verlorene Kraft des Waldes? Man hätte sich... egal Alter, ein Folterbreitschwert, ey Pff Ja Da muss man sich in Acht nehmen Da ist... oh ja, hier ist der Boss, den knall ich gleich Musst du überhaupt töten? Worm Gift? Ja, eigentlich schon Ah, nicht heilen Ja, ja, Worm Gift Gott Ich hab einen Boss gelegt Krasser Hund, ey Yes, yes, ja Ach, Pupsi, eigentlich... Ja, ist dein Puck scheiße Ist er nicht Doch Oh man So, Leute, ich spreche mit Zambauer Oh man Ich bin ein Puck Ich bin ein Puck Ich bin ein Puck Ich bin ein Puck da. Und noch einen Rucksack bekommen. Ein Sammler, ey. Das gibt es gar nicht. Oh Mann, ey. Das ist jetzt schon... Ne. Hast du schon einen Rucksack? Ja, ich geh halt voll ab, Junge. Hab ich den Pock gefunden oder was? Ja. Hört ja nicht an, aber irgendwann wird das 90 sein darauf. Niemals. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ah, da. Oh, praktisch. Weißt du alles, was du nicht kennst, was? Der ist doch nicht, weißt du, was? Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Das sind die Panzerkrappen. Hm. Gut. Ding dong. Nein, nicht heile, ah. Ich muss grad Glückskrabbe killen. Was ist der Panzerkrappen? Grinning, ey. Ska- Der ist sagt, ey. Hoffentlich kostet ein Clan nicht so viel Ich weiß gar nicht, hatten wir das letzte Mal einen Eigentlich nicht Ich glaube im Pure hat mal einen Oh ja, kann sein Boah, die Wann des Spawner-Ulcy Megamonster Ja, die wir nie sehen werden Klar Alter, was ist das denn, der Orangener Gegenstand? Was? Na? Du kannst einen Puck bekommen, Puckfähigkeit Schärfen 6, Jagd 6, Krieger gewinnt er 6 Mitleid, weil der Oh ja Krieger aus Oh Leute, es gibt doch noch einen Gott Richtig Gerechtigkeit ist das hier Oh Leute Ich habe noch einmal das gleiche Ding bekommen Was ist es jetzt? Ja, das Lehrbuch, warte mal Ist genau der gleiche nochmal Ich weiß nicht, ob das schlau ist, den nochmal zu nehmen Ja, die kannst du immer noch wegwerfen, glaube ich Jetzt kann man die auf einmal wegwerfen Klar kann man die wegwerfen, aber dein Main-Puck eigentlich nicht Achso Er ist ja das Wichtigste Hab ich da unten eine Quest vergessen? Oh nein Nein Ne, abgeben, nur gut Kokoma heißt er Ja Oh das tut richtig gut, Leute Oh Gott Er hat Punkt Achso Oh, dann mach das mal bitte Hallo Du musst einen Arbeitstisch Ach Ich hab Ach Scheiße ist eigentlich mein anderer Puck Okay, da hat er immer mega viele Events bei sich, ey Ja, das ist schön, Events Events sind immer schön Krieg ich ein harte Haare noch da? Ich werde erstmal shoppen gehen, Leute Einen Arbeitstisch kaufen Ja, vor allem den Den Die Workbench für den einen Scheiße, was muss ich mal bauen können Hallo Dann kann ich ihn wieder rausnehmen Ja, das geht eigentlich auch, glaube ich Dass du die Oh, erstmal einen Eisenplattenboden kaufen, ey Achso, man kann den Kann sein Puck auch irgend so eine Wappen geben, glaube ich Oder? Aha Gerade sehr überfordert Vom Spiel immer wieder Suche, aha Und was soll ich hier machen? So, ich glaube, das braucht man, Leute Dann holen wir uns einfach, was weiß ich Das da nach Das da nach Hey, ich bin kurz FK im Moment Ja Shit Zeit gekauft, Leute So, kurz FK Jetzt kann er's machen Alles klar So, jetzt muss man hier nämlich Erzugen besiegen, ja Ja Oh, die ist ja ganz hinten, ne Dann gehen wir uns da hin Ding Dong Ah, was lästerst du hier über mich? Ich läster ja nicht über dich Ja, ja, ja Reine, ich hab alles gehört Ihr könnt es mir ruhig verraten Warte mal, ich kenne mal gleich welche, guck mal, ob du gleich EP bekommst Mhm Hast du? Nö Okay, schade Ich sehe nur, dass du die ganze Zeit gegensteine bekommst Ja, das ist normal bei mir DJ Miko Ja Alter, leicht überfordert hier So Moment hier erstmal Was ziehen wir jetzt noch an? Haben wir nicht eine Handschuhe bekommen? Ne, die mache ich gerade Oh, jetzt sind wir schon wieder Oh Gott Ich komme jetzt mit gar nichts, ey Pupsi Pupsi Wie geht's nochmal so? Oh Leute, es ist so kompliziert Ja, vor allem man muss sich auf seinen scheiß Puck konzentrieren Ja Das machen Ja So Leute, jetzt haben wir das alles kurz Jetzt gehen wir hier zum Hexenmeister Ja, die Fuh Oh, ein Messer, Rückenschwein besiegt Ja, ja Erzogin besiegt Achso, ne, haben wir noch gar nicht gut Das hat er auch geschafft Ja, Panzerkraube besiegt Wie wird er keiner besiegt Gut Ja Wir lassen das einfach auf, Leute So Weiter geht's Jetzt haben wir die scheiß Hose hier gemacht Oh nein, mein Puck ist nicht zu... Haha Ja, das musst du natürlich auch gucken Du hast wahrscheinlich irgendein Kriegervieh oder so Oh Oh Leute Warum? Warum krieg ich ne scheiß Kriegervieh auf der Magieinsel, Alter? Ja Das Spiel hast mich doch, ey Wie ist sicher Wer hat sich selbst eine Grube gräbt? Gott, ey Oh Ist das Magier Gewänder Magier Gewänder Das ist da wohl für mich jetzt, oder? Oh, drei Pucks Gib mir den scheiß Arbeitstisch wieder Na, du jetzt So, hier, Magier Ausrüstung Kannst deine Viecher da nicht schon Asphalt nennen? Oh Leute, es ist schon zu viel wieder hier Oh Wo ist denn jetzt die scheiß Nubizen los? Oh nein, die haben schon gebaut Oh Okay Gut, du gehst jetzt hier nur noch Sammeln Oh, Gott, Leute Gut Gut, da sind wir fertig So Gehen wir die Na, warte, was ist näher? Das ist nicht, das nicht Gehen wir jetzt die machen, gut Oh Gott Oh Gott Oh Leute die sind schon rot markiert Ja die sind Akkomonster Sehr geil Bro hier ist doch auch so ein Schweineboss oder? Könnte ich auch mal gerne killen Bullshit der ist auch nicht für mich der scheiß Puck Ja ja der ist für dich Ja habe ich niemals gesagt Klar hast du das gesagt Ich ermute ich mal dass der für dich ist Oh Gott im Himmel ey Wird mal nur belogen und betrogen Leute Ich muss gleich nochmal fahren gehen ey Das hilft dir alles nix Und eigentlich muss ich ja diese Pucks wieder loswerden Ja den brauche ich nicht damit Kannst du dir auch irgendwo kaufen ne Würde ich mal hoffen Oh Leute es ist schon wieder soweit bis zum nächsten Mal Tschüssi Tschüss Tschüssi Tschüssi Tschüssi